Egal was in dieser Runde passiert, ich lad die auf YouTube hoch. Hallo YouTube! Und fragt nicht welchen Skin ich hier hab, fragt nicht welche Runde sein wird, denn die wird richtig scheiße sein, die Anfangszahl wird es bestimmt. Es ist halt gesagt, es wird die ganze Runde. Oh mein Gott! Okay, Spaß, die wird richtig scheiße trotzdem, das war einfach nur Anfänger-Glück-Kappa. Geiler Modus am Anfang, aber der weiß es schon. Okay. So. Das muss natürlich hier jetzt auch gut sein. Ich glaube, dass das das wird, ich glaube aber nicht, weil ich hab ja komplett den Start verkackt, dass wir ihn noch hinkriegen. Ich glaube eher weniger. Ne, das wird was. Die sind alle jetzt schon im Ziel. Schade! Schade, schade, schade. Egal. Nächste Runde. Aber mal sehen, was ich für ne Zahl bekomme jetzt. Eins. Ne, fünf! So, nächstes Minigame ist... Dagniscape! Ein auch guter Modus. Ey, die Runde ist jetzt nicht schlecht, muss man schon sagen. Wir machen jetzt den Jumpstart. Hier sind wir ganz vorne. Jetzt fahren wir hier vor. Und dann sind wir hinten vor, dass derkke. Und dann werden wir hier vor, dass derkke ist. So. Und dann werden wir hier ein bisschen mehr machen. Jetzt müssen wir das im Video, auch wenn man das nicht im Video hören wird. Doch, besser als so hört man. Ich glaube, TTS hört man im Hintergrund. Hey Leute, vergesst natürlich nicht, ein Abo da zu lassen und ein Like ist nur ein Klick und wird mich riesig unterstützen und viel Spaß mit dem Video, auch wenn man das nicht im Video hören wird. Hahaha, Spaß. Komm schon, wir schaffen das. Geh mal weg da, ja? 2, 2. Nein! Ja, liebe Zuschauer von Lolo Matrix, der Lolo Mode hat gerade die Kontrolle. Lolo Mode, lololololol. Yo, der Lolo Mode, lololololol. Oh, Memo. Ja, ja, ich bin drin, ich bin drin. Oh, ich bin der Erster. Komm, 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 komm. Ich hab's geschafft, ja. Gamers, react. Ich dachte, ich hab's schon fressen, das ist aber nicht. Und hier, pfum, 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 pfum. Und hier, pfum. Na, egal, 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 egal. 2. Platz, passt. Perfekt, ist gut, ist gut, ist gut. Field Rates, komm, bitte gute Map, bitte gute Map, bitte gute Map, bitte gut, bitte gut. Bitte gut, bitte gut, bitte gut, bitte gut, bitte gut. Ja, relativ. Aber gut, wenn 2. Platz in der Reignette ist, ist die Frage, ist das jetzt gut oder schlecht, weil die Leute können ja neue Rückmeldrechnen, egal. Okay, gut, 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 gut. Ah, ne 1, schade. Und ne 3, ist okay, 4, 4. Ist, ist komplett okay. Komm, komm, alles gut. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ist ein guter Modus. Mini Sky Wars, gut, wir müssen, können bisschen auf Campen, aber auch gleichzeitig auf Fighten gehen und dann das hin. Ich glaube, das ist ein Krieger mit dem Skin, der bringt Glück. Kappa. Jetzt hab ich's ausgesprochen, jetzt wird er das nicht mehr bringen. Easy. Nein, es war, oh mein. Top-Schmerzen. Leider nur 11, weil ich richtig scheiße war, aber ja, bitte jetzt einfach eine gute Zahl, dann ist das alles ausgeglichen. Sehr gerne 2. So, 4 Follower bis 400, Applaus. Naja, kannst mir applaudieren, wenn ich 4 Follower plus habe. Ach ja, nein, nein. Okay, jetzt sind wir verkackt. Er ist gestorben. Okay, komm. Ne 5, ne 5, ne 5. Und noch ne 5. Easy. Easy. Ich bin erster, ich bin erster, Leute. Im Video, ihr, also, ja, es ist, das hier wird ja ein Video, by the way. Ich hab gesagt, egal was passiert in der Runde, ich werd die hochladen. Egal was passiert, Fragezeichen. Ja, jetzt nicht, wenn da jetzt irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie, ja, auch wenn so ne Nuke einschlägt. Sicher. Auf jeden Fall, wenn ne Nuke einschlägt. Also, dann, dann, dann kann ich auch noch streamen, soll ich auch. Easy. 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 Erster Platz. Nein, eine Sekunde früher. Ich hab komplett verkackt. Aua, let's go. Replica. Jetzt werde ich abkacken, aber Chat. Ich bin trotzdem gut, Kappa. Find ich gut, Sauer. Boah. Oh mein Gott, ich hab die Barth vergessen hier vorne. Ich bin trotzdem dritter. In zehn. Eine vier. Und eine zwei. Eine sechste ist geklampft, gut. Sehr, sehr gut. Immer noch Vorsprung, das ist so gut. Ich bin immer noch erster, das ist wirklich gut. Wenn ich jetzt nicht reinschalte, dann ist es wirklich echt gut. Dener, dener, dener. Ich könnte jetzt richtig gut sein. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt richtig reinschwitze, dann... Ey, bitte. Bitte, lass mich jetzt einfach nicht abkacken, okay? Nein, oh mein Gott. Ich hab den leichtesten Sprunggarten gepackt, Digga. Ich hab den leichtesten Sprunggarten gepackt, Digga. So, komm, jetzt. Egal, was passiert, ich lad die Runde hoch. Das ist, wenn ich jetzt richtig scheiße verkackt. Ich lad die Runde hoch. Das hab ich von Anfang an gesagt. Eine sechs. Und eine fünf. Psst. 69. Sarf, Sarf. Ich bin Sarf. Ich hab eine 69. Oh, Digga. Also, ich komm mir selber heute, wenn ich cheaten würde, weil... Egal, ich hab am Anfang des Videos gesagt. Ich lad die Runde hoch. Egal, was passiert. Und dann passiert sowas. Digga, ich hab neun Vorsprung. Ich hab gewonnen. Ich glaub, ich hab gewonnen. Nein. Nein, er hat... Was ist das denn? Nein. Schade. Schade, aber ich hab trotzdem... Ich hab trotzdem... Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gesagt, ich lad die Runde hoch. Egal, was passiert. Ich gewinn. Ägal, was war einmal so ne Ansage. Was für Zomatschlag. Halt mal die Fresse. Leute. Leute auf YouTube. Danke, dass ihr beliebt habt. Kappa. Nein. Ähm. Ähm. Das war's nur ne Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Äh. Like, Abo und äh... Abonniert mich. Äh. Also, ja. Ihr wisst schon. Und äh. Und folgt mir auf Twitch. Ja, ich bin... Ziemlich aufgleich. Guckt einfach auf Discord. Schaut mal Discord, ja. Und dann würd ich sagen. Ciao, kakao oder so.